Es ist soweit, Leute. Wir sind angekommen im Rewe und wir geben jetzt diesen ganzen Flaschenpfand ab. Zehn Säcke. Wir haben jetzt 16.25 Uhr. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Und vor allem mal gucken, wie viel Geld dabei rauskommt. Vorhin ist schon der linke Pfandautomat kaputt gegangen und jetzt sind einfach beide Pfandautomaten kaputt. Eigentlich habe ich das Ganze gefilmt, aber der Chef hat sich beschwert, deswegen kann ich euch das Ganze nicht zeigen. Weiter geht's. Wir haben jetzt 17.42 Uhr. Wir haben über eine Stunde gebraucht und wir sind jetzt endlich fertig. Und ich habe jetzt hier die Bons und die bringen wir jetzt rein. Wir sind jetzt draußen und wir wissen jetzt endlich, wie viel Geld wir bekommen haben. Hier steht's, Leute. 160,86 Euro. Und hier haben wir die 160 Euro. Habt ihr richtig geraten?